Während wir in Österreich gelegentlich über die Aufweichung oder Abschaffung des Amtsgeheimnisses diskutieren, ist man auf europäischer Ebene im Allgemeinen und was Umweltinformationen anlangt, im Besonderen schon einen großen Schritt weiter. In dieser Ausgabe von 3 Minuten Umweltrecht wollen wir kurz beleuchten, was sind Umweltinformationen, wer kann wie Umweltinformationen erlangen und was kann ich dafür oder dagegen tun, wenn ich davon betroffen bin. Grüß Gott, mein Name ist Peter Sander, ich bin Rechtsanwalt bei der Kanzlei Niederhuber & Partner mit Sitz in Wien und in Salzburg. Was sind Umweltinformationen? Das sind Informationen über Betriebe, beispielsweise über deren Emissionsverhalten, Abwassereinleitungen, die Einhaltung von Grenzwerten oder wie sich beispielsweise die Fahrzeuge bzw. die Produkte dieser Betriebe bewegen. An diese Umweltinformationen kann Otto Normalverbraucher auch herankommen. Es gibt nämlich das Recht, dass ich mich jederzeit an die Behörde, bei der solche Informationen vorrätig sind, wenden kann und dort vollkommen begründungslos beantragen kann, dass mir Zugang zu diesen Informationen gewährt wird. Rechtsgrundlage dafür gibt es einige. Es gibt auf der europäischen Ebene beispielsweise die sogenannte Transparenzverordnung über den Zugang zu Dokumenten, die bei Unionsorganen vorrätig sind. Es gibt die Umweltinformationsrichtlinie, die im Wesentlichen das umsetzt, was in der Aarhus-Konvention zu Umweltinformationsrechten enthalten ist. In Österreich zum Beispiel im Umweltinformationsgesetz bzw. in neun weiteren Landesumweltinformationsgesetzen. Der Europäische Gerichtshof hat uns vor kurzem erklärt, dass alle diese EU-Rechtsakte insbesondere parallel zur Anwendung kommen, wenn es um den Zugang zu Dokumenten, zu solchen Informationen geht. Wer ist jetzt berechtigt, Umweltinformationen zu erlangen? Jedermann. Eine natürliche Person. Es kann eine juristische Person sein. Es kann beispielsweise auch eine Nichtregierungsorganisation sein. Das Recht auf Zugang zu Dokumenten steht freilich nicht unbeschränkt zu. Beispielsweise, wenn gerichtliche Verfahren oder Untersuchungs- oder Sanktionstätigkeiten davon betroffen wären, dann ist dieses Recht beschränkt. Wenn daher in einem Fall, wo dieses Zugangsrecht für jedermann beschränkt ist, eine Anfrage zu dem Organ, zu der Einrichtung, zu der Behörde gelangt, dann ist diese angefragte Stelle verpflichtet, den jeweils Betroffenen zumindest zu befragen, ihm zumindest das Recht einzuräumen, eine entsprechende Stellungnahme abzugeben. Gleiches gilt auch beispielsweise für Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, die ja durchwegs auch von solchen Anfragen betroffen sein können. Hier kann sich ein Betroffener dagegen zur Wehr setzen.